so many books we should be careful this place could be booby trapped die anweser in anweser dachte ich zumindest, ja, ja, klar. Nein. Ja, ganz kurz mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Story Mode. Heutzutage hat das nicht gemacht. Wir haben jetzt mal ein bisschen was mit Multiplayer und so was gemacht. Ich hole mal ein Mikro ein bisschen ran. Das ist noch von Minecraft so eigentlich als so. Also von da, siehste. Ich werde jetzt aber ganz kurz die dieses Letztplay beenden. Ich glaube, ich nehme das auch heute noch zu Ende auf. Genau. Ich glaube, wir werden aber die letzte Staffel, die fünfte Staffel nicht spielen, weil die nicht mehr zur Story dazu wird. Vielleicht später mal. Auf jeden Fall nicht danach, weil ich habe hier nach schon was Neues geplant. Und da ist ja ähnlich zur Story, also zur Hauptstory dazugehört, ist quasi ein Nachteil. Quasi was nach der ganze Geschichte passiert ist. Werde, werde ich das nicht spielen. Oder wahrscheinlich später mal, oder einfach mal so zwischendurch Folge raushauen, je nachdem wie Lust und Laune ist. Auf jeden Fall will ich das langsam mal beenden, weil holy shit, ich glaube mindestens drei Monate kam jetzt kein Story Mode mehr. Ich weiß es gar nicht genau. Ich kommt ein bisschen vor wie drei Monate. Ich habe auch fast kein Plan mehr, was passiert ist. Also doch so ungefähr weiß ich es noch. Aber, ne? Genau. Jetzt kommen auch teilweise ein paar wenige Videos, weil wir sind gerade mitten im Prüfungsstress. Das komplette Team. Also Nordi, Per, ich, Christoph und Reku ja auch ein bisschen. Ähm, deswegen. Ja. Wird ja erstmal seltene Video kommen, wenn überhaupt. Und dann, äh, ui, alter Mensch, holy fuck ist mein Mikrolaut. Ha, ho. So, ne. Ja, mein Stimme ist auch ein bisschen weg. Aber, ja. Jetzt machen wir erstmal weiter. Ich erzähle das gleich noch. Ja, danach wird es weitergehen. Nachher mehr lange Zeit und frei. Geine Mucke übrigens. Okay, warte mal, was haben wir denn überhaupt? Polchen auf Philippen, Cobblestone, Bau und Flind in Stil. So, äh, voilà. Ja. Ähm, genau. Und da sind wir jetzt alle ein bisschen im Stress. Hallo Olivia. So, look at the book. How I Learned to Stop Worrying and Love Mining. The Unabridged Redstone Encyclopedia. Zombies and Pigs and Intimate Memoir. None of these are enchanting books. Ooh. Huh. How to Train Your Slime. The Various Uses of Mooshroom Stew. Potionology Volume 24. None of these seem to be enchanting books either. Hmm. I wonder what's in there. I wonder what's in there. Wood Planks. Those will be useful. Was ist die Stücke? Wollen das jetzt, ne? Ne, wollen direkt planken, weil es außerhalb nicht stimmt. Crafting. Okay, ich warte damit mal noch. Die blauen Steine hätte ich ganz gerne in, also das soll ja wahrscheinlich Laphis sein. Hätte ich ganz gerne so leuchtend auch wirklich im Rischen. Ruben macht hier ein bisschen Päuschen. Päuschen. Sind sie denn alle? Haben wir irgendwie welche verloren? Das Ding ist da. Olivia. Wo ist denn hier Petra und, und, und? Ne, Lukas ist ja weg, ne? Der ist ja mit dem Gaul abgehauen. Oder geht sie irgendwo noch anders lang. Und Petra ist, ah, die ist an der Höhle geblieben. Stimmt, stimmt, stimmt. Ganz vergessen. Oder ist sie ja, wie, hat sie mitgenommen? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Okay, ähm, ja, fangen wir mal bei Olivia. Ich renne nur Sinn, das kommt. Fangen wir mal bei Olivia. Hi, na. Olivia, any luck? Not really. Ivor has too many books, and there's too few of us looking. How did we end up all split up like this? I feel like we're spreading ourselves too thin. I miss how things used to be. That first night we all spent together, that was kind of fun. Almost. Lukas left because he had to. He said he owed it to his friends. I get that. I'd do the same thing for you guys. For the right price, of course. Of course. What's the point of friendship, if it doesn't pay? See? This is why we get along so well. Gut. Ähm, hat sie recht? So. Wirklich, als lastes mal ganz krall. Okay, macht was das? So, der Korting-Tier. Äh, hier. Mit Ruben. Ruben, was are you doing? Oh, ja, well, you're gonna get yourself cooked. I told you before, stay away from lava. Ach, so warm ist der Korting-Tier. Ähm, genau. Ich glaube, ich werde das jetzt einfach am Stück laufen lassen, deswegen keine Zwischendurch-Unterbrechen, wie jetzt zum Beispiel mal Schluss sagen, ja. Äh, deswegen nicht wundern, wenn einfach Kat kommt, und dann morgen oder übermorgen oder je nachdem, wie ich es hochladen und schaffe. Nächste Folge kommt so. Äh, ah, nee, wir haben ja noch hier, äh, wie hieß er denn? Nee, äh, genau, so. Find anything yet? Huh, in this mess? Ugh, it's as though Ivor learned nothing from my lectures on organizational methodology. If only he hadn't gotten lost in that confounded swamp. He could just tell us where the book is. Coming here was his idea. He should be here for it. He can be pretty stupid for someone so smart. Yes, and this house is a perfect example. There's neither rhyme nor reason to how these books are stored. Finding anything here is impossible. Tedious, maybe. Impossible, no way. Fine, I will continue this monotonous search. But I reserve my right to grumble about it. It's a deal. Good. 20,000 blocks under the sea. Learn to succeed by thinking inside the box. I think I'm in the wrong part of the house. This Ivor character. I'm recalling that he knew something about potions. Could one of these stop the wither monsters? I'm remembering correctly, am I not? We actually already tried that. I assume it was unsuccessful. Ivor's potions just aren't strong enough to undo this mess he created. Oh, I see. Potion of blindness. Potion of dullness. Potion of nausea. None of these will help me. Jesse. Am I going to be all right? Or is this just who I am now? Don't worry. We're going to find a way to fix you. You and Petra and everyone else the wither storm affected. But to do that, you'll need to destroy the command block, will you not? So that's exactly what we'll do. You never stop fighting. I admire that. Oh, what is this just like? Oh, well. I'm not going to fall. Hey Olivia, I think there's some redstone over here. Looks like a circuit. We probably just need a lever to power it. Too bad I don't have one. Yeah, no lever, no functioning circuit. So, doch keine Schaufel. Äh, use. Und zwar... First, I'll eat some sticks. Okay, I got the sticks. Äh... Hebel, 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 hebel. Hebel, hebel. Ich hab so das Stünfe gefühlt, jetzt geht hier irgendwas mit der Lava hier los. It was made for it. Which it was. Let's see what this sucker does. Seems cruel. A secret passageway. Hm. Why would you build a secret passage in a house that nobody ever visits? More like, why wouldn't you? Secret passageways are cool. Good point. What the... Are you guys okay? We're fine. But the lever isn't working anymore. Stay there. We'll head down and see what we can find. We'll be fine. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020